Ich arbeite gerne an der ZHW wegen der großen Vielfalt der verschiedenen Menschen, der verschiedenen Kulturen und Expertisen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die Vielfalt von Menschen und Aufgaben, mit denen ich hier zu tun habe. Ich heiße Leonie Renoui, ich bin 45 Jahre alt und arbeite seit November 2014 bei der ZHW. Ich arbeite an der Stabsstelle Diversity und darin ist unser Schwerpunkt, dass wir dafür sorgen, dass es keine Diskriminierungen gibt in den verschiedensten Feldern. Was mich ausmacht, ist mein multikultureller Hintergrund. Ich bin in verschiedenen Ländern aufgewachsen, in Deutschland, Frankreich und Griechenland. Jetzt lebe ich in der Schweiz und ich interessiere mich eben sehr für das Thema Diversity, weil ich darin vieles wiederfinde, was mich immer beschäftigt hat. Ich arbeite gerne bei der ZHW, weil es eine Hochschule ist und in einer Hochschule geht es um die Bereicherung des Geistes. Es gibt hier viele sehr interessante Impulse. In meiner Arbeit sehe ich viel Sinn, weil ich etwas weitergeben kann an die Mitarbeitenden und Studierenden durch das Mentoring-Programm. Das Mentoring-Programm ZFH wird durchgeführt von der ZHW, der PH und der ZHDK. Es ist dazu da, um Nachwuchsförderung anzubieten für die Mitarbeitenden und die Studierenden. Und mit diesem Programm möchten wir die Persönlichkeitsentwicklung der Mitarbeitenden und Studierenden fördern, damit sie für ihr zukünftiges Berufsleben gut vorbereitet sind. Am meisten an der ZHW gefällt mir meine Arbeit, dass ich einen hohen Gestaltungsspielraum habe. Ich kann somit neue Wege einschlagen. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist die Vielfalt, die verschiedenen Expertisen, die es hier gibt, die verschiedenen Kulturen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die hier möglich ist für mich, aber die auch tatkräftig gelebt wird und umgesetzt wird. Vielen Dank.